John Bryan hier, gerade wieder hier in der Natur. Schwenk mal kurz rüber, in der Natur hier rüber. Den Kanal abonnieren, die Links da drunter abchecken. Das ist eine Star-Tankstelle, die natürlich nach mir benannt. Das Prädikat Star ist natürlich hier vorhanden. Was ist das hier für ein Hotel? Ja. Halt kurz drauf. Das Hotel hier, was ist das hier? Hotel Alina Koskan. Bestimmt ein sehr, sehr, sehr... Schwenk mal kurz rüber auf das Steakhouse-Restaurant. Das ist von Charlie Chaplin, der, wie heißt der nochmal? Der Comedian, der berühmte Comedian, ja. Auch einer der reichsten Comedian auf dem Planeten. Auf mich halten wieder. Einer der reichsten Comedian auf dem Planeten hat sich hier diversifiziert. und viele Standbeine sind da rausgebaut. Aber er ist schon in einer längeren Zeit tot, ne? Aber er ist ja bekannt hier für seine Moves, hier für seine... Bleibt mir, kann man verstehen. Für seine Moves, seine Moves. Hier zwei, drei, drei, eins, zwei, zwei, drei. Für irgendeinen bekannten Move ist ja bekannt. Du musst auf jeden Fall nochmal googeln, nochmal recherchen. Ich schwenke jetzt mal meine Kicks. Ich schwenke jetzt mal meine Kicks. Ich schwenke jetzt mal meine Kicks. Ich schwenke jetzt mal meine Kicks und Schuhe. Die John ist wieder an hier, die Kicks. Die Kicks. Du musst ein Kick hoch und ein Kick zur Seite. Dann ein Butter-Kick. Zack! Dann ein Butter-Kick. Schleifen. Zack. Dann drehen uns rückend. Ich schwenke jetzt. Und ziehe jetzt. Yes! Yes! Schläge raus hier! Gut drauf, oder? Ja! Du müsstest bis zum Boot hoch, oder? Ja! Dann schaukelst du die Laufzeit. Ja! Ja! Viel Spannung. Spannung ist da. Gleich auf dem Boot, auf dem Wasser. Fahren wir ein bisschen hier. Eigentlich stelle ich mich nur auf das Boot drauf. Promo zu machen. Den Kanal abonnieren. Links da drunter abchecken. Instagram, TikTok folgen. Hinterfolgen, Snapchat folgen. Und den Kanal abonnieren, ja? Jetzt habe ich es natürlich dabei. Jetzt habe ich es in meiner Back. Und das ist glücklich gesagt. Ich bin froh, dass du ihm sagst. So, dass du ihm sagst. Guter Geschmack. Terrorbarriere. Und ja. Und ja. Schön. Flexig ist natürlich. Aber. Wenn man immer schön den Durst auf kalorienarme Art und Weise rechnen kann. Volles Wasser. Ja. Ja. Und dann. Wasser. Ja. Ja. Aufsichtsregel. So. Das sieht ein bisschen aus wie die Milite. Oh. Das sieht ein bisschen aus wie die Milite. Auf dem Schwenken. Auf dem Böcke. Das sieht ein bisschen aus wie die Milite. Sie sieht ein bisschen aus wie die Milite am Twitch da. Ich bin jetzt nicht so ein Kletterer, aber ich darf nicht klettern. Ich habe meine letzte Übung. Das ist ein bisschen nachmachen geeignet, oder? Das ist ein kleiner Hiddlestock. Ich darf noch mal auf den Kanal abonnieren. Oh, jetzt wieder runter. Schwenkt da vorne noch das Boot? Das Boot da hinten rein. Was für ein schöner Tag, oder? Was für eine Strömung da vorne. Das Wasser. Ich glaube, es ist eine Zwischenschwimmer. Nicht zu stark, nicht zu schwach. Aber man kann trotzdem reinfahren und schwimmen. Bei den meisten Leuten, Schwimmernfänger, dann liebst du. Untergehen. Untergehen. Schwenk. Die Windräder. Das ist ja auch so. Nicht zu stark auf die Aufrufe. Nicht zu stark auf die Aufrufe. Nicht zu stark auf die Aufrufe. Für mich ist es ein bisschen. Aber eine Post hat man schon. Es ist im reingegenden Wind hier. Viel rein. Wir haben hier bei uns. Es ist reingegend. Ja, besonders rein. Natürlich rein. Warte, 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 warte. Ja, genau. Warte, warte. Läuft. Läuft, ja. Ja. John Brian hier. John Brian schauen, den kann man abonnieren. Das Video teilen. Das Video teilen. Kommentieren. Kommentare lassen. Ja. Wie kommt man da rüber? Hä? Wie kommt man da rüber zum... Ich glaube, man muss man da... Ja, irgendwo noch weiter rutschen. Du machst das sehr gut. Ja. 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 Was für eine Aussicht hier von hier aus. Was für eine Aussicht. Fieber ist noch so, wo ich wohne. Einfach, einfach. Genial, wenn man hier direkt das Wasser vor Augen hat. Wenn man direkt morgens mit so einem Ausblick aufwacht. Und sich nur fragt. Boah, bin ich im Himmel oder weh? Bin ich am Urlaubsort? Am Urlaubsort. Weiter. So. Gesperrt. Oh, das hat gesperrt. Ja. Das Video machen wir mal vor. Dann machen wir mal hin, stehe ich hier vorne kurz hin, kannst du quasi was vorlaufen? Das war's jetzt mit dem Video, den Kanal abonnieren, John Brian Shaw, lasst einen Kommentar dazu da, checkt die Links da drunter ab, hier, TikTok, Twitter, Instagram, Snapchat sind verlinkt, Website ist auch verlinkt, den Kanal abonnieren, subscribe to this channel, wir sehen uns bis dahin, ja, peace out, ciao, ciao, euer John Brian, ja, ciao, ciao.